20 Jahre Frank Almstedt Komm raus, ich bin da Okay, ich komme Franky Bitte Echt? Mit deinem Bodycam Ja, ne? Hoffentlich zieht er die aus, bevor er heute Abend ins Bett geht Ich glaube nicht, ey Ich hoffe, die hören nicht alles, was ich da sage gleich Machen wir die Heizung an Weiß ich nicht War jetzt echt gut, sag ich dir, wie es ist Ja Weil, ist ein bisschen frisch Peter, wie geht die Heizung hier an? Ich kann schon nicht beantworten Wer weiß dann sowas? Ich mach mal so hier so die Verstiftung Oh ja Oh ja Jetzt noch ein ganz leichtes Mundwinkel anreißen Guten Tag, Herr Schiedsrichter Hallo 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 Hallo, ich grüße Sie Ich grüße Sie Ich grüße Sie Ich grüße Sie Was für welche waren das denn? Schwarz und Weiß Die habe ich beim Miner reingetan, weil ich gedacht, die werden von ihm Achso Geh mal hin Ich habe gedacht, die werden von dir Aber du hast auch immer welche, ne? Ich hatte welche, ja, aber ich mache jetzt immer mit Tape Ah, okay Boah, bestausgestatteter Torwarttrainer Am besten Zeugwart hast du, sehr klar Was? Am besten Zeugwart hast du, ne? Das wollte ich nur hören Weil deine Kamera hat, ehrlich gesagt Ja Eine Kamera hat, ehrlich gesagt Ey, wenn ich das wusste, ey Warte Kannst du mir eine neue drauf machen? Ja Vorne Ja Fester, Marc Fester Fester Wie sagt man Keimer? Come on Boys Alle in den Ruß Anja, anja, anja! Nimm mal Haltung an. Oh, geil. Brügel die Dinger da rein. Männer auch rein. Dann wechselt er zum 1.60 Köln.